hallo und herzlich willkommen hier zurück zur kompanie auf heroes 2 mein name ist der und wir starten jetzt in die sechste mission namens stalingrad danach und ich bin gespannt wie es jetzt weitergeht kurze ladezeit kurzes stück trinken so mama wie miese Wenn euch wundert, was hier gerade so raschelt, das ist meine kleine Tüte mit Lebstuchnerzen. Beseitigen Sie die Scharfschützen in diesem Bereich und suchen Sie nach Informationen. Wir haben nur sehr wenig Zeit vor den nächsten Angriffen. Okay, Mission ist klar, Scharfschützen. Da oben. Äh, K-Wagen. Okay, wir gehen mal ein bisschen... Du bleibst hier. Wir füllen dich mal wieder auf. Ja, komm. Äh... Selber Scharfschützen. Stoßtrupps. Hätte ich gerne und dann war es das auch schon. Äh... Na, wir gehen mit denen vor. Zwei Scharfschützen in der Nähe. Okay, lassen wir uns mal gucken. Irgendwo werden die da sein. Mal gucken. Wir gehen jetzt mal dahinter. Gebraucht werden. Stoßtruppen eingetroffen. Okay, und hier? Da ist... Zumindest... Na, komm her. Na, komm her. Na, mach hin. Komm. Da ist er. Na, wo ist er? Na, wo ist er? Da. Wir schießen auf den Abschaum. Komm schon. Diese Deutschen gehen mir echt auf die Nerven. Na, mach hin, ne? Na, komm schon. Wir müssen deine Decken machen. Komm, mach den hier fertig. Komm, was du kannst, kann ich auch. Ich schieße davon, ich bin jetzt unser Territorium. 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 Feuer, Herr Wiebe! Benutzt deine Krühe. Begebe mich dorthin. Scharfschützen bringen uns um. Komm, zeig dich. Ziel eliminiert. Ein Infanterietrupp wurde getötet. Tod statt Rückzug. Gut, den haben wir. Wenigstens etwas. Äh, gleich nachrücken. Ja, Logo. Wir sind ja schon dabei. Wir brauchen noch erstmal Hilfe. Geh mal dahinter. Wir machen die da alle. Das ist gut. Ein Scharfschutz ist hier nur irgendwo. Das ist nicht gerade optimal, aber, äh, ne. Gesser als nix. Was haben wir hier? Was kommt da? Da kommt Hilfe. Das ist gut. Von dort. Los, komm. Mach den fertig. Also, was erledige den jetzt mal. Sehr gut. Sehr gut. So, schweres MG. Panzerabwehrkanone. Schnappt euch diese Waffe. Ah, da ist er doch. Sehr gut. Sehr gut. Gut, 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 gut. Die Feuerlust. Die Feuerlust. Sie haben einen Schuss. Sie sehen uns. Sie sehen uns. Rückzug. Sie brauchen einen Stellungswechsel. Wir werden angegriffen. Macht die fertig. Hier kommt. Wir werden die herrliche Infanterie. Waffentrupp in Bereitschaft. Sarodino. Sonderinat. Panzerabwehr. Jetzt kommen wir mit der groben Keller. Befehle. Der Trupp braucht eure Hilfe. Ah, verdammt. Das ist das Bindeste, was wir verdient haben. Komm schon. Mach den weg da jetzt. Feindlicher Trupp greift an. Mein Gott. Auschwärmen. Feindlicher Trupp erledigt. Gut. Bereit. Abricken. So, ihr geht mal dorthin. Beziehungsweise, wir müssten da oben das Lager holen. Äh, das gefällt mir alles nicht. Kannst du das fertig bauen? Nein, das kannst du nicht. Das kann ich nur mit Stoßtruppen machen. Wir können sogar noch welche bauen. Scharfschützen nehmen wir mit. Pionieren nehmen wir auch mit. Die bleiben hier. Sollen wir etwas bauen? Wir können hier Stacheldraht mal setzen. Das muss schon gestern fertig werden. In irgendeinem Fall der Fälle. Und dann werden wir uns mal dieses Treibstofflager, glaube ich, holen. Beziehungsweise... Beziehungsweise... Pioniere stehen bereit. Na, gehen wir mit den Pionieren ran. Stoßtruppen eingetroffen. Weil dann bauen wir hier mal was drauf. Gehen wir mal da hin. So, warte. Wo sind meine Pioniere? Pioniere einsatzbereit. Ähm... Nein, Parkett. Du baust mal... Was brauchen wir? Munition. Jetzt sind wir jetzt einsatzbereit. Wir brauchen hier ein Munitionslager. So. Nun... Was gibt es? Du wirst hier mal auf Verteidigung gehen. Wir sind auf dem Weg. Sollen wir etwas sprengen? Ähm... Und ich will ich hier haben... Ich weiß nicht, von wo die kommen. Das ist das Problem. Wir brauchen hier Panzerabwehrminen. Ah, ich bin auf Munition. So. Genau. Du gehst mal ein bisschen nach da hin. Wer weiß, wo der ist. Nur für den Fall der Fäller. Okay. Der ist... Geh mal rein. Sehr gut. Ein bisschen angeschlagen, der Grüßte. Geh mal rein. No. Hier sollten wir nämlich noch nicht schießen. Ich will erst wissen, was hier ist. Ah, da ist was. Ich habe jetzt auch nicht genug, um die Leuchtgranate abzufeuern. Wir werden aber mal mit allem, was wir haben, mal hier in die Richtung so vorrücken. Gehen wir nach einer guten Stelle für das MG aus. So. Wir brauchen das Zeugs. Unbedingt. Aufrüsten. Wenn möglich, aufrüsten. Gehen wir dahinter? Da ist einer. Feuer frei. Feuer frei. Das sowjetische Hauptquartier umfasst nun ein Feldkrankenhaus. Aber nur für jene, die schwer verwundet sind. Gut. Ich habe einen Trupp ausgeschaltet. Sehr schön. Hast du gut gemacht. Scharfschütze sofort unterwegs. Gehen wir noch vorwärts. Unterwegs. Hier noch irgendwas ist. Oh. Rekruten können Panzer jetzt mit Panzerabwehrgernappen angreifen. Rückwärts, 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 rückwärts. Rückwärts, rückwärts, rückwärts. Feuer frei. Ich bin unterwegs. Ich bin ja gar kein Ende mehr. Genau. Hol sie dir. Unter der Schuss. Komm schon. Halt ihn aber auch nicht wirklich was aus. Ja, marsch, marsch. Hier geht jetzt. Holt euch mal was. Holt euch das Teil. So, zack, zack. Pioniere hinterher. Dann können wir uns das hier nämlich... Pioniere. Wir müssen einen Bereich sichern. Und dort geht's hin. MG führt Stellungswechsel aus. Genau. Hier unten wird aber auch scharf geballert. Habe ich so das Gefühl? Pioniere Einsatz. Bewegung. Rückwärts. Sehr gut. Sollen wir etwas sprengen? Nein, nein. Du sollst nichts sprengen, du sollst was bauen. Ich hätte gerne... Munition noch. Baut uns ein Munitionslager, Brüder. Es wird uns zum Sieg verhelfen. Das sehe ich auch so. So, dann holen wir uns das zweite noch. Und dann gehen wir hier rum. Ja, komm schon. In der Zeit könnten unsere beiden... Was ist mit denen hier los? Die sind kaputt oder was? MG wird verlegt. Munitionslager fertig, Genosse. Dann machen wir die mal auf eins. Sie brauchen eine Scharfschützung unterwegs. Genau. Ich brauche mal jetzt... Wir wissen, was da los ist. Kannst du den reparieren? Nicht wirklich, oder? Kannst du machen. Scharfschützen vor. Ähm... Ich bin auf dem Weg. Nicht schießen. Decken wir mal auf. Ach du meinst, bitte. Holt euch. Die gehen jetzt zurück. So, wie geht's aus mit der Kanone hier? Mach mal nach da. Und hier... Ja, hier ist nicht wirklich was... Geh mal da rein. Und du gehst da rein. Damit wir uns hier verteidigen können zur Not. Ah, das wird repariert. Das ist gut. Jetzt bräuchte ich eigentlich nochmal zwei... Scharfschützen. Wieder. Optimalerweise natürlich auch... Ähm... Rekruten? Nee. Haben wir keine Dings? Pioniere einsatzbereit. Äh... Stoßdruck, Spezialabwehrkommando. Scharfschütze eingetroffen. Wir haben keine... An die Arbeit, Männer. Bau das mal. Äh... Wir haben gerade keine... Keine, äh... Na, sag schon. Keine Dings hier. Ich meine, du bleibst mal da. Wenn dann was kommt... Geh mal da drauf. Oder geh mal da hin. Da ist ein bisschen Schutz, glaube ich. Wenn was kommt, knallen wir es ab. Fertig. Haben Sie einen Stellungswechsel. Hm. Verdammt. Drei Stellungswechsel. Okay, bewegt... Ihr euch mal... Da hin. Unterwegs. Marsch, marsch. Sollen wir das Ziel bestätigt. So, Flammenwerfer aufrüsten. Ja, wir wissen, wie man gut ist. Und jetzt hätten wir hier auch... Granatwerfer, aber... Das Bevölkerungslimit ist gerade... Leider zu hoch. Sollen wir etwas bauen? Ärgerlich. Ah, der knallt hier aber gut was weg, glaube ich. Wir haben Flammenwerfer. Jetzt kann sich der Feind nirgends mehr verstecken. Mhm. Ah, geht nicht. Verdammt. Ähm. Ich weiß nicht, ob wir irgendwas verminen sollten. Also für so ein hohes Einkommen haben wir auch gerade nicht. So, der wird hier immer noch repariert. Das ist ja Wahnsinn. Wie lange reparierst du denn da? Was können wir tun? Das sieht nach einer guten Stelle für das MG aus. Ja, mach das mal fit hier. Wie lange brauchst du denn da jetzt? Hier ist eine Reparatur nötig. Das ist ja furchtbar. So, jetzt lass mal gucken. Schieß mal da hinten hin. Jetzt können sie sich nicht mehr im Schatten verstecken. Nicht zu weit vor. Stopp. Stellung halten. Gucken, was da ist. Ah ja. Okay. Und Rückzug. Rückzug. Feuer frei. Scharfschütze bereit. Na komm. Wenn man hier hinterher... Jetzt haut er wieder ab, der Feigling. Hier bleiben. Setz die Feldkanone in Bewegung. Schön hier bleiben. Und das wird hier irgendwie gar nicht repariert, hab ich gefühlt. Ja, das ist... Das ist mir... Schick ihn mal zurück. Genau. Hol dir das... Das war jetzt, glaube ich, nicht so clever. Sehr gut. Sehr gut. Ah, okay. So, wie sieht's aus? Können wir was bauen hier noch? Der kommt nicht zu Pötte, der kommt nicht zu Pötte, der kommt nicht zu Pötte. Abbrechen. Wir haben auch nix irgendwie, was wir mal auf die Schnelle bauen können. Ärgerlich. Ja. Ein Stückchen vorrücken. Wie geht's? Vielleicht willst du noch vorrücken. Mh-mh. Unterwegs. Okay. Beginne mit Angriff. Genau. Komm, knall die ab. Feinde von rechts! Sehr gut. Ich habe freie Sicht. Komm schon. Los. Rückzug, 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 rückzug. Auch rückzug damit. Genau. Macht's aus der Entfernung. Komm schon. Wie sieht's hier aus? Sie sind auf uns aufmerksam geworden. Ja, das ist egal, ob du aufmerksam auf uns wirst. Wichtig ist, dass wir nicht über den Hauchen knallen. Ja. So, wie jetzt? Ich bin auf dem Weg. Sollen wir etwas... Lasst uns gehen, Genossen. Marsch, Marsch, Marsch. Ihr kommt mit. Pioniere abrücken. Oder den Panzersack. Ich gehe dahin, wo ich gebraucht werde. So, dann haben wir nur noch, in Anführungsstrichen, nur noch die zwei Scharfschützen an der Backe. Stellungswechsel. Ja, gucken wir mal, ob hier noch irgendwas ist. Ansonsten, da ist eine Munitionskiste. Das ist schon mal sehr gut. Ja, die meisten Leute werden... Oh, oh, oh. Äh. Wir müssen... Wir kommen auch nicht vom Fleck hier, ne? Es ist so zum... Ich gehe mal dahin. Ja, du gehst mal dahin. Ähm. Die meisten Leute werden mich jetzt wieder verfluchen. Warum renne ich mit dem Scharfschützen hier durch die Gegend? Ja, das kann ich euch sagen. Weil ich nicht momentan... Keine anderen Einheiten großartig habe. Ähm. Das ist das Problem, wo ich... Wo ich gerade, äh... Unterwegs. Was ich gerade so ein bisschen habe. Ich hätte gerne Mörser-Einheiten, aber, ähm... Ist gerade nicht machbar. Ja, das ist... Was ist das denn hier? Äh... Erkennung von gepanzerten Fahrzeugen. Alle Fahrzeuge können jetzt erkannt werden. Gut. Okay. Bereit. Ich bin auf dem Weg. Geh mal dahin. Mhm. Okay. Gehen wir mal dahin. Versuchen wir es mal von der Seite. Klappt sogar. Ich werde den Panzerabschutz nach und nach aufs Schraube stegelegt. Sehr gut. Der ist erledigt. Das war Scharfschützen in der Nähe. Ah, hier muss ich gucken. Äh... Das ist hier auch eine heiße Nummer. Feldkanone bereit. Geh mal dahin. Wir verlegen diese Kanone. Was muss getan? Ich gehe dahin. Feindliche Fahrzeuge können jetzt erkannt werden. Ich guck mal, ob ich hier was sehe. Vielleicht sehe ich sie ja. Bingo. Die Infanterie wird sterben. Komm, mach ihn fertig. Unter ein Wälderschuss. Oh, scheiße. Feindlicher Trupp erledigt. Dahin. Okay, und weg. Weg, 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 weg. Einen haben wir erledigt. Gut. Wir brauchen jetzt mal... Am besten einen Mörser. Jetzt haben wir die Möglichkeit. Nutzen wir sie. Ah, ich muss mich mal gerade anders hinsetzen. Liebe Leute, mir schläft gerade der Fuß ein. Ich wollte, dass sie einen Koch aus mir machen, aber die wollten nicht auf mich hören. So, okay. Damit kommt unsere Mörser-Einheit. Sehr gut. Marsch, marsch. Wir gehen einen sicheren Weg. Gehen hier hin. Mörser für Stellungswechsel aus. Genosse. Genau. Du, baller mal da hinten hin. Schickt eine Leuchtgranate los. Ah, gucken wir mal, was da ist. Vielleicht finden wir ja was. Spannend, ob da irgendwas rumläuft. Aha. Da hinten ist ein Dings. Panzerabwehr. Interessant. Interessant. So, komm. Bereit zum Bauen und zum Zerstören. Ja, dann geh du. Du bleibst mal hier. In Ordnung. Wir rücken dorthin vor. Äh, Flammenteppich. Oh, das ist nicht schlecht. Ähm. Damit können wir doch mal was reißen. Aber mit denen hier nicht. Sind unterwegs. Wir können aber zumindest mal ein Stückchen voreiern. Dass wir während hier was abknallen können. Okay. Mal sehen, was wir machen. Komm näher. Was wollen Sie, Genosse? Nehmt Ihnen mit einer Rauchgranate die Sieg. Wurrung ab! Wurrung ab! Wurrung ab! Schreit ihr, Mistgeber! Damit haben wir uns gesaved. Jetzt kommen wir mit denen hier. Ich hoffe mal, dass wir unsere Einheitenlimit jetzt mal ein bisschen hochpushen können. Weil das ist ja... nicht so gut gerade. Unsere Aufgabe ist klar. T-Sorby-Fall. 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 T-Sorby-Fall.